Böblingen Böblingen liegt im Großraum Stuttgart und ist allgemein bekannt als Produktionsstätte von PKW der Marke Mercedes-Benz. Hintergrund Ein beachtlicher Teil der historischen Bausubstanz wurde während des Krieges zerstört, darunter auch das Schloss. Der von Westen und Süden markant schichtbare Hügel, um den sich die noch verbliebenen Reste der Altstadt gruppieren, trägt trotzdem noch den Namen Schlossberg. Die auf dem Gipfel des Schlossbergs stehende Stadtkirche St. Dionysius zieht schon von Weitem die Blicke auf sich und überragt das Stadtbild. Durch den raschen wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Krieg hat sich die Einwohnerzahl von 10.000 zu Kriegsende auf heute 50.000 erhöht. Entsprechend modern wirkt das Stadtbild. Der Bevölkerungsanteil an Zugezogenen und Ausländern ist relativ hoch. Um die beiden kleinen Seen, Ober- und Untersee, die von Südwesten her bis ans Zentrum der Stadt heranreichen, wurden 1996 anlässlich der Landesgartenschau eine einladende Parkanlage angelegt. Von touristischem Interesse dürfte in erster Linie das Dreieck zwischen Bahnhof, Schlossberg und Obersee sein. Nachbargemeinden sind Sindelfingen, Leinfelden-Echterdingen, Schöneich, Holzgerlingen, Eningen. Mit der Bahn auf der Gäubahn aus Stuttgart oder aus Richtung Singen mit Reh und Ihre direkt nach. Die Württembergische Eisenbahn fährt auf der Schönbuchbahn mit mehreren Haltestellen im Böblinger Stadtgebiet nach Dettenhausen. Die S-Bahnlinie S1 fährt aus Stuttgart oder Herrenberg zu den Haltestellen Böblingen, Goldberg oder Hulp. Die S-Bahnlinie S60 fährt nach Renningen, mit Übergang zur S6 nach Wall der Stadt oder nach Leonberg und Stuttgart. Mit dem Bus der Stadtbus bedient vom zentralen Omnibusbahnhof sowohl Böblingen, als auch Sindelfingen. Buslinien gibt es außerhalb des Stadtgebiets in die umliegenden Orte sowie nach Leonberg, Kalf und Wall der Stadt. Von dort verläuft auch der Schienenersatzverkehr für die Schönbuchbahn und die Rankbachbahn. Auf der Straße Böblingen ist mit vier Anschlüssen an die Bundesautobahn 81 angeschlossen. Mit dem Schiff mit dem Schiff ist keine Anreise möglich, da durch Böblingen keine schiffbaren Gewässer führen. Mobilität Das Ruftaxi dient der Ergänzung des Angebotes an Bussen und Bahnen zu Zeiten oder auf Strecken schwacher Nachfrage. Es fährt, wie ein Linienbus, eine festgelegte Strecke zu vorgegebenen Uhrzeiten ab, jedoch nur dann wenn die Fahrt spätestens 30 Minuten vorher unter der Telefonnummer 07031-19410 angemeldet wurde. Man kann natürlich auch früher vorbestellen oder sogar für eine ganze Woche vorreservieren lassen. Taxi-Service für die Region Böblingen und Sindelfingen seit 30 Jahren. Seit 1969, zurzeit mit 45 Fahrzeugen. Kirchen Stadtkirche Böblingen Stadtkirche St. Dionysius, die evangelischen Kirchengemeinden in Böblingen. St. Maria Verkündigung Katholische Kirche An der Kreuzung Berliner Straße und Mauriner weggelegen, lenkt der 35 Meter hohe Kirchturm den Blick auf die Marienkirche. Bauwerke Wasserturm Wohnhochhaus Oplied, 1971 Architekt, Hans Scharon Museen und Galerien Deutsches Bauernkriegsmuseum Fahrgasse 2, 71032 Böblingen Telefonnummer 07031-6691705 Öffnungszeiten, Mittwoch bis Freitag von 15 bis 18 Uhr, Saar von 13 bis 18 Uhr, so von 11 bis 17 Uhr. Galerie-Kontakt, Marktgesle 4 Öffnungszeiten bitte unter Telefonnummer 07031-6691705 erfragen, weil nur während Sonderausstellungen geöffnet. Deutsches Fleischer Museum, Marktplatz 27, 71032 Böblingen Telefonnummer 07031-669473 Öffnungszeiten, Mittwoch bis Freitag von 15 bis 18 Uhr, Saar von 13 bis 18 Uhr, so von 11 bis 17 Uhr. Heimatmuseum des Nordböhmischen Niederlandes, Marktplatz 27, Öffnungszeiten, Mittwoch bis Freitag von 15 bis 18 Uhr, Saar von 13 bis 18 Uhr, so von 11 bis 17 Uhr. Uhrzeiträume im Max-Planck-Gymnasium Verschiedenes Luftschützstollen unter dem Schloss Berg Die Stollen wurden in den Jahren 1943-44 als Schutz vor Luftangriffen von der Bevölkerung angelegt und boten Platz für 1.500 Menschen. Es sind die einzigen erhaltenen Stollen im Landkreis. Besichtigung nach Vereinbarung für Gruppen bis 30 Personen, Preis mit Führung 35 Euro. Anmeldung Cornelia Wenzel, Amt für Kultur Telefonnummer 07031-669562 Fax 07031-669688 E-Mail Wenzel-at-böblingen.de In einem Böblinger Hotel im Bereich des Schlossbergs befindet sich die laut Wikipedia kleinste Personenaufzuganlage Europas. Die sechseckige Kabine innerhalb einer Wendeltreppe hat eine Fläche von gerade einem halben Quadratmeter und kann daher jeweils nur eine Person befördern. Aktivitäten Hallenbad Murkenbach, Schöneicherstraße 75. Öffnungszeiten Montag 14.00-21.00 Dienstag 6.00-21.00 Mittwoch bis Freitag 7.00-21.00 Samstag 8.00-17.00 Sonntag 8.00-13.00 Eintritt Euro 3,30-Euro 2 Erwachsene-Erm Kontakt 07031-2192 Durchwahl 11 Stadtwerke-at-böblingen.de Freibad Silberweg 15. Öffnungszeiten Mo bis Freitag 6.00-19.30 Wieg-Kart-Sah Sonntag Feiertag 8.00-19.30 Kontakt 07031-2192 Durchwahl 13 Stadtwerke-at-böblingen.de Kinos Bären und Metropol Beide Kinos sind zusammengeschlossen. Beide befinden sich in der Poststraße. Stadtbibliothek im Höfle-Ecke Pestalozzi Straße Schafgasse Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag 10.00-19.00 Samstag 10.00-14.00 Stadtbibliothek im Höfle-Ecke Pestalozzi Straße Schafgasse Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag 10.00-19.00 Samstag 10.00-14.00 Einkaufen Real, ehemals Multicenter, auf der HULP Einkaufszentrum am Bahnhof Busbahnhof Das frühere RTK-Stadtwarenhaus wurde im Frühjahr 2006 als Mömax Möbelhaus wieder eröffnet, danach Pocodomäne. Das zugehörige Parkhaus wurde ebenfalls reaktiviert. Möbelhaus Gamerdinger auf der HULP Je zwei große Lidl- und Aldi-Filialen Günstig Bandahina und Taiimbis Stadtgraben 20, 71032 Böblingen Telefonnummer 07031 467443 Öffnungszeiten Die, Sonntag 11.00 bis 22 Uhr Moistruhrtag Einfaches kleines Restaurant Gutes Preis-Leistungsverhältnis Alle Speisen auch nun mitnehmen Ordentliche Pori wonnen ab 5,50 Euro Subway, Postplatz 1, Nähe Metropolkino, 71032 Böblingen Telefonnummer 07031 734911 Öffnungszeiten Mo, Donnerstag 9.00 bis 23 Uhr Freitag 9.00 bis 0 Uhr Samstag 10.00 bis 0 Uhr Sonntag 11.00 bis 23 Uhr Mittel Rainbow Garden Thai Restaurant Postplatz am Käppele Gute Qualität, aufwendige Menüs, sehr freundlicher und aufmerksamer Service La Toscana, Pizzeria-Restaurante, breite Gasse Künstlerviertel Hat bis 4 Uhr warme Küche Seegattle, schöner Biergarten mit schwäbischer Küche Direkt am Seeufer zwischen unterem und oberem See gelegen Mittel Bärenkeller neben dem Bärenkino in der Poststraße, näher Obersee Uraltes, gemütliches Kellergewölbe, schwul willkommen 0,5 Liter Bier 2,60 Euro Gehoben Brauhaus sehr großer Biergarten Unterkunft Hotels in Böblingen Günstig Select Gaststätte mit fremden Zimmer Klaffenstein Straße 15, Tell 07031-227487 Günstige Zimmer zu vermieten 35 Euro pro Tag 25 Euro pro Tag für zwei Wochen Aufenthalt 12,50 Euro pro Tag für einen Monat Aufenthalt Gehoben Das Hotel ist in einem ehemaligen Flughafengebäude mit historischem Flair Es stehen auch individuelle Arrangements zur Auswahl zur Verfügung Lernen Akademie für Datenverarbeitung in Böblingen Gesundheit Kurbad Eckloff Landhaus Straße 20 Telefonnummer 07031-226091 Durchwahl 92 Praktische Hinweise Es gab mal eine eigene Touristinfo in Böblingen, die aus Kostengründen geschlossen wurde Es können aber Prospekte an folgenden Stellen abgeholt werden Prospektständer vor dem Bürgeramt im Rathaus Böblingen Neubau Große Auswahl an Veranstaltungsprogrammen, auch für Stuttgart, sowie Schriften über soziale Einrichtungen Landratsamt Böblingen Eingangshalle Kreiszeitung Böblinger Boote Seit neuesten gibt's auch ein App-Apa Postamt Bahnhofstraße Gegenüber dem Hauptbahnhof Internet Cafés Stadtbibliothek Ecke Pestalozzi Straße Schafkasse Cashpoint Sportwetten Poststraße 24 Digitalfotos auf Fotopapier ausdrucken bzw. auf CD brennen Automat für CDs und gängige Speichermedien sowie Irda und Bluetooth im Bahnhof gegenüber der Fahrkartenausgabe Ausflüge Nach Sindelfingen Nach Stuttgart Nach Bad Wildbad, Thermen, Baumwipfelpfad, Schwarzwald, Hängebrücke Wildlein Nach Bad Wildbad, Eichelberg, Jugendstilkirche von 1907, Vossburg, Flößerstuben Neubachstüble, Malerische Wanderwege, Vossburg-Rundwanderweg-https, www.autoreactive.com Stillwanderung Schwarzwald von der Vossburg zu den Bergorten Schrägstrich 8581887 Schrägstrich